So, weiter geht's! Oh man! Nein! Mist! Tastatur, geh mir kurz aus den Weg! Oh Mist! Nein! Ich will da noch rum! Nope, geht wirklich nicht. Und da hab ich's gedacht, dass es geht! Oh je! Ich werde die Röhre da unten passen. Oh! 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 Ich bin kaputt. Das war ein bisschen zu oft getrückt. Ich fasse. Oh, ein netter Versuch. Mist. In's Gesicht. Mario, rein. Ich hasse dich. Rest in peace, Sinner. Ich fühle mich verarscht. Ja, nur ein klein wenig. Ich hör's euch. Nein. Ja. Ja. Zoll für Pilze. Ah, kennt der Wort? Ungewissen worden. Ernsthaft? Logik? Kennt jemand so fällig das Wort? Logik? Natürlich schon. Und warum kann ich da nicht auf blöden Ketten und mit dem Drehsprung springen? Gemein. Danke. Danke! 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 Ich bin echt mit der Coalface. Ah! Beep! Jump! Beep! Das kann doch nicht so schlimm. Aber ich weiß, was das kann. Hallo B-Switch, wie geht's? Beep! Hey, hier haben wir Kumpel. Hier, mein Ständchen. Bist du? Ah, verstehe! Hallo! Wiggins! Bist du nicht jetzt gut? Und du kennst die Finger? Oh! Let me now to move! Lebe, lebe, lebe! So, man auch schon mal sich hier unten befindet. Wiggins! 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 Bist du hier? Bist du nicht noch? Wiggins! Wiggins! Noch einmal. Hallo? Danke. Ja, das ist glaube ich endlich. Na, hat dich wirklich gefehlt. Nein, mein Mann, Sweet! Und lebe zu. Wow, in dem Level habe ich verdammt viele Save-State-Skills. Gib wohl. Harry the Hot Hands Castle. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.